Zwei Minuten Deutsch Familien in Deutschland Generell sind die Eltern in einer Familie in Deutschland verheiratet. Sie haben ein Kind und beide, also Mutter und Vater haben eine Arbeit. Pro Familienmitglied hat eine Familie ca. 35 m² zum Wohnen. Opa und Oma wohnen nicht mit den Kindern. Das sind natürlich alles sehr generelle Informationen. Hier etwas mehr Statistik über die Familien in Deutschland. Aktuell gibt es ca. 8 Mio. Familien mit mindestens einem Kind, das jünger als 18 Jahre ist. In den meisten Familien sind die Eltern verheiratet, ca. 5,5 Mio. Aber auch die Zahl der alleinerziehenden Eltern ist sehr hoch, es sind ca. 1,6 Mio. Großfamilien, in denen mehrere Generationen zusammenleben, sind in Deutschland ziemlich selten, ca. 200.000 Familien funktionieren so. Die Deutschen werden immer später Eltern. Die statistische Frau ist bei der Geburt des ersten Kindes 31 Jahre alt und der statistische Mann 35. Die typische deutsche Familie ist auch nicht besonders groß. In den meisten Familien, 53%, gibt es nur ein Kind. 36% haben zwei Kinder und 9% drei Kinder. Die statistische Frau heiratet mit 32 Jahren und der statistische deutsche Mann mit 35 Jahren. Sehr viele Mütter arbeiten nur Teilzeit, es sind 66%. Aber nur 6% der Väter arbeiten weniger als 40 Stunden pro Woche. Ca. 20 Euro Taschengeld bekommt das statistische Kind in Deutschland. Ein 5-jähriges Kind bekommt ca. 5 Euro und ein 12-jähriges Kind ca. 30 Euro. Das statistische Kind zieht bei den Eltern mit 24 Jahren aus. Ein 5-jähriges Kind aus. cottier- Musik 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 Vielen Dank.